Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Video zur dritten Vorstellung des dritten Vereins und zwar sind wir diesmal in Irland gelandet bei Limerick FC in der ersten irländischen Liga und ich würde sagen legen wir einfach mal los, schauen wir uns diesen schönen Verein mal an. Hier kann man 30.000 im Jahr verdienen, die Saison in Irland geht von Anfang des Jahres bis Ende des Jahres, deswegen ist der Vertrag hier bis Dezember 2018 und deswegen sind auch schon etliche Spiele vorbei zum Sommer, den wir hier gerade haben. Es gibt aktuell einen, der verletzt ist in dem Verein, ansonsten schauen wir uns den Verein mal genauer an. Gegründet im Jahre 1937, heißt die sind dieses Jahr 80 Jahre alt geworden. Früher hießen sie auch mal Limerick United oder Limerick City, aktuell Limerick FC. Im letzten Jahr haben sie in der zweiten irländischen Liga, von Island nach Irland ist schon fies, in der zweiten irländischen Liga auch den Titel geholt, sind Erster geworden. Ähm, die spielen im Market Field Stadion 3200 Plätze, das kannst du nicht haben, eine Kirche hier im Hintergrund. Sieht idyllisch aus, Irland halt, ne? Okay, ähm, ansonsten können sie auf ganz schön viele, ähm, Titel zurückblicken, vor allem, äh, es gibt einen EA Sports Cup, okay, interessant, interessant. Jedenfalls, ähm, 1980er Jahre waren die Erfolgreichen, ähm, haben 1960 und 1980 sogar den ersten Platz belegt, ähm, 92, 2012 und 2016, letzte Saison halt, äh, wurden sie erst in der zweiten Liga und sind sogar zweimal, äh, zweiter geworden in der ersten Liga. Ja, wir haben ein paar, paar Cups haben sie schon gewonnen hier, die Einrichtungen, Jugendeinrichtungen sind durchschnittlich, ganz okay, Trainingseinrichtungen ähnlich, Jugendtraining, wah, haben wir überdurchschnitt, überdurchschnitt, überdurchschnittliche Jugend, Nachwuchsrekrutierung, ja, aber ich hatte schon mal reingeguckt, keine, keine, äh, echten, äh, Spieler hier drin, also, alles nur Regents, die, sag ich mal, glaube ich, erstmal einen Vertrag bekommen müssten, ähm, genau, das dazu, ähm, wir gehen am besten einfach mal direkt in den Teambericht rein, was das Team so kann, ähm, ja, das Mittelfeld scheinbar scheint sehr gut zu sein, wenn man so ein bisschen hier oft sieht, Kader-Tiefe, Kader-Tiefe, Mittelfeld, Mittelfeld, ähm, Führungsqualitäten sind im Kader von, da die Saison schon angefangen hat, gibt's hier einige Sachen, die hier so ein bisschen negativ auffallen, sehr, sehr viele, ähm, da will ich jetzt gerade direkt nicht drauf eingehen, ähm, wir schauen einfach mal in die Kader-Tiefe so ein bisschen rein, was der Verein, ei, 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 das ist spannend, also hier muss man, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen Hand anlegen bei dem Verein, Töte, Töte, gut, ist zumeist, äh, gut besetzt, gut, die haben hier so drei gute Innenverteidiger, einen für rechts, einen für links, dahinter sieht's nur aus oder ist gar nicht erst vorhanden, also Verteidigung muss man ganz schön noch was reinstecken, Mittelfeld dagegen sieht ein Ticken besser aus, in der Zentrale jetzt nicht brutal viel, äh, links und rechts dagegen schon was besser aufgestellt, links scheint mit dem Billy hier, Billy Denahy, äh, ein richtig guter drauf zu sein, ansonsten, Sturm, oh, drei ordentliche dahinter, äh, fällt's dann ab, wie heißt denn der hier, Colin Walsh O'Lowlands, O'Lowlands, okay, interessant, dann schauen wir uns mal die Fähigkeiten an, was können die denn so, mhm, im Allgemeinen, ja, führungsstark, die haben auch wieder kein kraftvolles Team hier, Einsatzfreude geht so, Teamwork geht so, also sie zerreißen sich nicht füreinander, die Torhüter haben sehr guten Abschlag, also die Torhüter sind echt Abschlagabwurf, also man könnte vielleicht vom Torhüter aus das Spiel so ein bisschen beginnen, also der scheint für die Liga echt gut zu sein, der Torwart, oder die Torhüter, alles überdurchschnittlich, also kann man annehmen, ach du Kacke, Verteidigung ist ja mal, ja gut, wir haben da A, nicht viele Spieler und die, die da sind, scheinbar nicht so gut, die haben beim Tackling und bei dem Antritt die schlechtesten Spiele, also es könnte hinten ganz schön oft rappeln, Stellungsspiel ist ganz okay, sonst will man gar nicht weiter genau reinschauen, ansonsten Mittelfeld ist technisch stärkstes Team in der Liga, äh, Entscheidungen, Tackling auch gut, also eher mal Mittelfeld-Tacken, äh, Ausdauer ist auch ganz gut, Weitschütze, ja, das Teamwork ist halt nicht so ausgeprägt bei denen, der Angriff dagegen sieht wieder sehr gut aus, Abschluss ist sehr schön, Kopfball, also Sprunghöhe, ähm, ohne Ball, also die kann man glaube ich gut mit, ähm, Flanken füttern, nicht so über die Schnelligkeit, das ist eher weniger bei denen, aber über Flanken füttern. Füßig das Team, ja, gute Ausdauer, gute Beweglichkeit, hurra, aber wie gesagt, nicht schnell, nicht kraftvoll, mental gesehen, ja gut, die Führungsqualitäten, Zielstrebigkeit ist ja schon mal was, ähm, ansonsten, Stellungsspiel ist nicht so ausgeprägt im Allgemeinen, die Einsatzfreude auch nicht so technischer Bereich, Ballannahme ist zumindest gut, Kopfball, also, wenn Kopfballen können sie sich gut durchsetzen, Technik ist auch gut, joa, so viel dazu, gehen wir doch einfach mal direkt in die Mannschaft rein und schauen uns mal es genauer an. Genau, wir haben einen rechten Verteidiger, zwei linke, sonst nur zentrale, boah, boah, äh, geht so, ne? Dann haben wir drei zentrale Mittelfeldspieler, ähm, ansonsten, eher die offensiven Flügelspieler haben wir hier, drei rechts, zwei links und dann noch vier Stürmer. Ähm, es gespickt teilweise mit sehr erfahrenen Leuten wie Marco Sullivan, der sagt mir sogar irgendwas, aber ich weiß nicht woher, vielleicht war ja O'Sullivan, weiß nicht, so ein Dartspieler, keine Ahnung. Ansonsten zwei auch alte Torhüter, muss mal schauen, ob man da mal, auf Dauer mal verjüngt ein bisschen. Ähm, joa, ansonsten, gespickt ab und zu mal so ein paar junge Spieler mit drin, hier zum Beispiel, der Henry Cameron, oder auch hier, William Fitzgerald, Fitzgerald, da muss ich mal, das ist auch ein Autor, heißt auch Fitzgerald, glaube ich, Fitzgerald, so 17 Jahre, 19.09, 1999, das ist mal ein cooles, das ist mal ein cooles, äh, muss ich sagen, Geburtsdatum irgendwie. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal was genauer zum Verein, wer ist denn der Schlüsselspieler, ist der Billy Denahy, hatten wir eben, glaube ich, schon mal gehabt, ist ein Flügelspieler, links und rechts einsetzbar, ist aber eigentlich nur ein linken Fuß, also für rechts eher so der inverse Außenstürmer, oder Flügelspieler, hat ein hohes Flair, kann also mal ins Dribbling gehen, hat auch gute Dribbelwerte, Flanken kann er auch gut passen, Technik, der sieht sehr, sehr, sehr ordentlich aus, ist schon was älter, muss man mal gucken, ähm, genau, ansonsten, unser größtes Talent, ach, das ist der Fitzgerald, den ich eben hatte, der sieht nämlich auch echt gut aus, so als Flügelspieler, kann schon ordentlich flanken, hat eine gute Technik, gute physische, äh, Attribute, kann man mal so machen, es gibt Vereine, die interessiert daneben sind, ist auf der Ausleihliste interessant, ich würde direkt wegnehmen davon, ähm, genau, wie gesagt, in der U19, hm, ist nix, äh, Finanzen aktuell, 90, knapp über 90.000 Euro, haben kein Transferbudget, ähm, Gehaltsbudget ist noch so ein Spielraum von 34.000 Euro, übrig, ähm, ansonsten, wie gesagt, die Liga ist schon was länger dran, zuletzt eine längere Negativ-Serie, nachdem sie eigentlich gut in die Saison gestartet waren, äh, den EA Sports Cup werden sie dieses Jahr auch, in meinem Spielstand zumindest, nicht gewinnen, ähm, die Saison fängt halt Ende Februar an, und geht bis Ende Oktober scheinbar, ich schaue mal mal in die Liga rein, wie gesagt, erste irländische Liga, ähm, ähm, hier stehen sie so auf dem achten Platz, sie sind angesiedelt, Medi den Typ 8, da passt also, Tabellen Mittelfeld, waren sie davor, als sie noch in der ersten Liga waren, waren sie es auch, dann waren sie abgestiegen, aber direkt wieder als erst aufgestiegen, also gut erholt, äh, aus der zweiten Liga wieder hochgekommen, und jetzt stehen sie, zumindest in dem Spielstand, ganz gut da, nach oben natürlich erstmal aktuell kein, äh, Anschluss, kann mal schauen, was so die Regeln sind, was ich interessant finde, sehe ich jetzt, man spielt dreimal gegeneinander, heißt, gegen manche Teams wird man zwei Heimspiele haben, und gegen manche zwei Auswärtsspiele, interessant, sieben Auswechselspieler, äh, drei sind einsetzbar, ähm, ansonsten, ein bisschen wie das Geld verteilt wird, ja, die letzten drei steigen ab, also ganz simpel, der Meister kommt in die erste Quali-Runde der Champions League, und Platz zwei bis vier, normalerweise in die erste Quali-Runde von der Europa League, okay, gut, ansonsten, wie sieht denn, könnte man mal in die Mitarbeiter reingucken, haben ein paar Trainer und alles, aber, ich sag mal, inwieweit man da so ein bisschen Mitarbeiter reingeht, muss jeder für sich ein bisschen wissen, und von daher, stehe ich das jetzt mal nicht so genau vor, ähm, ich könnte noch reinschauen, was denn so die Erwartungen sind, ähm, es gibt ja, es gibt drei Pokale scheinbar, den FAI-Fort Cup, Fort Cup, EA Sports Cup, Munster Senior Cup, das ist der einzige, der normal klingt, die anderen sind irgendwie gesponsert, äh, in der Liga sollen, wir werden die Klassenerhalt, gut sind frisch aufgestiegen, von daher passt das, im FAI-Fort Cup, äh, Mindesterwartung ist nicht wichtig, auch schön, EA Sports Cup ist auch nicht wichtig, und der ist auch nicht wichtig, also kann man nicht viel machen, einfach, äh, Liga halten und gut ist, gut, gibt es sonst noch irgendwas, ich überlege gerade, ähm, was man hier noch erzählen könnte, zum Verein, ich glaube, könnt ihr natürlich mal schauen, haben die irgendwelche Erzrivalen, haben keine Erzrivalen, Cox City ist der einzige lokale, äh, äh, Rivale hier, die auch in der gleichen Liga spielen, äh, gibt es hier irgendwelche Spieler, die man können, könnte, ich persönlich jetzt nicht, keine Ikonen, die man kennt, ansonsten, würde ich sagen, das soll jetzt erstmal, zum Limoick FC gewesen sein, aus meiner Sicht auch, ein recht interessanter Verein, gerade aufgestiegen, kann also schön von, so ein bisschen aufbauen, ähm, dass die erstmal die Liga halten, dann vielleicht irgendwann mal ein paar Jährchen, durch kluge Transfers, die man auf jeden Fall tätigen muss, das haben wir ja so ein bisschen im Kader schon gesehen, vor allem für die Verteidigung, muss man was tun, ähm, dass man vielleicht oben mal einen Anschluss bekommt, ich sag mal, Shamrock und Dunlach sind scheinbar, die zwei, großen Vereine, dahinter, ist dann eine klaffende Lücke, hier zumindest in dem Fall, dann relativ ausgeglichen, sag ich mal, kann man also, könnte man ganz gut an den dritten Platz ranrücken, je nachdem wie der Pokal aussieht, auch über den vierten Platz noch in die Europa League, in die erste Qualifikationsrunde, und, joa, das soll es dann zu diesem Verein gewesen sein, ähm, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, ich bin relativ schnell durch gewesen, deswegen würde ich sagen, ähm, gleich folge, in dieser Folge nochmal ein zweiter Verein, wer es genau sein wird, weiß ich noch nicht, jedenfalls, sag ich erstmal, bis gleich, ich hoffe, ihr hattet Spaß, vielleicht geht ihr nach Irland, wer damit Erfahrung hat, gerne runter in die Kommentare schreiben, ja, allgemein Tipps und Tricks für Irland, immer gerne gesehen, von daher, ich sag mal, bis gleich beim anderen Verein, ciao. So, und da bin ich wieder, nun sind wir in Südafrika gelandet, in der ersten, nee, Quatsch, in der zweiten südafrikanischen Liga, bei den Black Leopards, und, ähm, ich dachte mal, nach Irland kann man jetzt einfach mal ganz woanders hingehen, geht einfach mal nach Südafrika zum schönen Wetter, übrigens Südafrika, Kapstadt, ich war selber schon zweimal dort, eine Empfehlung, um da mal Urlaub zu machen, kann ich nur aussprechen, falls ihr Tipps haben wollt, fragt mich, wenn es nicht zu viele Fragen werden, beantworte ich die sogar, jedenfalls gehen wir mal zum Verein über, hier kann man 60.000 Euro im Jahr verdienen, kann man mit leben, die, ähm, ich sag mal, die Kosten in Südafrika sind jetzt nicht so riesig, von daher passt das super, ist man dann eher schon reich, ähm, ansonsten, hier die kleine Einführung, ähm, und zwar haben wir hier ein professionelles Team, 1983 gegründet, heißt, die sind, ähm, 34 Jahre alt bisher, äh, nächstes Jahr 35 Jahre, dann in, 16 Jahren sind sie bei, 50 Jahren angekommen, mal gucken, ob da einer so lange bleiben will, weiß man nicht, ähm, wir, ganz knapp wurde letzte Saison der Aufstieg verpasst, ist also eher so ein Team, was, möglicherweise diese Saison den Aufstieg packen will, in die 1. Liga wieder, ähm, 2010 haben sie mal den, äh, die Liga scheinbar gewonnen, wenn ich das jetzt richtig sehe, ähm, genau, First Division, ja, haben sie mal die Liga gewonnen, ansonsten noch nicht so viel, aber die sind auch noch nicht so alt, die spielen im Toho Yandu Stadion, ähm, hat immerhin Platz für 10.000 Zuschauer, ähm, ja, so sieht es halt dort aus, Kunstrasen, neuen, Weichen, das ist Kunstrasen interessant, also wenn es der ist, jedenfalls, ähm, die Einrichtungen, ja, sind im Allgemeinen unterdurchschnittlich, bis durchschnittlich, jetzt nicht das Wahre, ähm, schauen wir mal in den, Teambericht rein, zum Verein, also wir haben auf jeden Fall einige talentierte Jugendspieler, schon mal interessant, finde ich, schauen wir gleich mal genauer rein, haben viel Transferbudget, ähm, noch übrig, 160.000 Euro, ansonsten, ist, sind sie scheinbar ein sehr passstarkes Team, aggressiv, Sprunghöhe, auch gut, können gut passen, dafür können sie den Ball aber nicht gut annehmen, Führungsqualitäten fehlen jetzt auch noch so ein bisschen, und, wir haben zwar noch gut an, ähm, Transferbudget, aber nicht mehr so viel Gehaltsbudget übrig, muss man mal gucken, ähm, könnt ihr mal in die Kader-Tiefe schauen, oi oi oi, oh Gott, Hilfe, warte, aber, ui oi, ähm, wenn ich jetzt mich, die haben drei Verteidiger, ne, vier, die haben Zimo, Masia, Thompson, und Nange, das sind die einzigen Verteidiger, vier Verteidiger, oi oi oi, das ist ja, Hanebüchen, haben gutes zentrales Mittelfeld, äh, rechts geht so, das eine ist ja der Rechtsverteidiger auch noch, äh, also für die Außen so gar nichts, und dann haben sie drei Stürmer, das ist ein sehr kleiner Kader, habe ich das Gefühl, dann will ich, oh, hier will ich, will man ja gar nicht reingucken, Torhüter haben sie, äh, für die hohen Bälle einen sehr guten, an und für sich sieht der Stürmer sehr gut aus, für die Liga, oder die Torhüter, allgemein in der Verteidigung, äh, mal von der Kraft mal wieder abgesehen, die sind irgendwie alle schlauert, wach, die Teams, die ich mir bisher angucke, haben sie eigentlich ein echt gutes Team, für die Verteidigung, die paar Spieler, die sie da haben, äh, im Mittelfeld sind sie auch, zumeist überdurchschnittlich, äh, angesetzt, vor allem beim Passen, was wir ja schon hatten, gute Ausdauer, Tacklen ist auch gut, Technik, kann man auch mitarbeiten, im Angriff, sehr abschlussstarke Mannschaft, Kopfball, geht so, also eher mal nicht unbedingt mit Flanken füttern, sind recht schnell, haben zwar nicht den besten Antritt, sie sind aber recht schnell, äh, und ohne Ball auch gut, also kann man was mit anfangen, physisch gesehen, im Allgemeinen schnelles Team, äh, gute Ausdauer, hohe Sprunghöhe, nur keine hohe Grundfitness, mental gesehen, keine mutigen Spieler, keine Führungsqualitäten hier, da könnte man mal nachlegen, man muss ja eh ein bisschen nachlegen, weil der Kader sieht sehr dünn aus, auf den ersten Blick, und eben, Technik, oh Gott, Flanken sollte man unterlassen, Dribbeln auch nicht, eher, schön Tiki-Taka passen, äh, übers Passen nach vorne kommen, und, ähm, entsprechend dann zum Abschluss kommen. Auch über Standards, sind sie schon mal, können sie recht gefährlich werden, ähm, schauen wir uns mal, die Mannschaft allgemein an, gute Kaderatmosphäre haben sie zumindest, das ist schon mal ein Anfang, Zusammenhalt auf dem Platz ist auch, boah, geht so, Hierarchie, das hat sich ja so ein bisschen angedeutet, keine Führungsspieler hier im Team, da muss man nachlegen, einflussreiche Spiele, boah, das ist sehr dünn besiedelt, soziale Gruppen, eine große Kerngruppe, eine Nebengruppe, und zwei sonstige, so ein bisschen, das geht, ähm, schauen wir mal in die Mannschaft genauer rein, ja, hier, oh Gott, hier sieht man das ganze Übel, des Vereins, ähm, wir haben einen Rechtsverteidiger, zwei Innenverteidiger, das war's, mal gucken, vielleicht ist in der Reserve noch was, ähm, defensiven Mittelfeldspieler, dann haben sie noch fünf Zentrale, das ist ja schon mal etwas, kann man da so nicht den Abwehrbollwerk stellen, so, keine Ahnung, zwei Innenverteidiger, einen defensiven, so, düp, und dann so eine Reihe einfach an zentralen Mittelfeldspieler, und rechts und links haben sie dann auch nochmal jeweils zwei Stück, und nochmal einen offensiveren Mittelfeldspieler, und halt drei Stürmer, boah, haben sie denn in der Reserve was, das wäre doch mal was, das sind drei schon mal die auffüllen so ein bisschen, aber in der Reserve haben sie auch eigentlich nur zwei weitere, die haben keinen linken Verteidiger, das ist schon mal eine Baustelle, Innenverteidiger können sie zumindest noch hochziehen, ähm, wir haben viele offensive zentrale Mittelfeldspieler, toll, super, Verteidigung ist egal, einfach alles nach vorne, wurscht, in der U19 haben sie eigentlich nur einen Torwart, na gut, aber der sieht, für seine 19 Jahre, echt gut aus, also, mit dem kann man arbeiten, gut, ähm, wurde uns nicht irgendwas gesagt, hier genau, die Jugendspieler, talentierte Jugendspieler, schauen wir mal, einmal den, da Wonde, na Wonde, ähm, ist ein, der, ist der offensive, äh, Mittelfeldspieler, einer von den vielen in der Reserve, hat, ähm, super Grundfitness, Schnelligkeitantritt, also, flotter Spieler, Technik, Ballernabe, Dribbling, auch sehr gut, schon ausgeprägt, also, echt ein guter, der hat auch mal Führungsverletät, der könnte sich zu einem Führungsspieler bei denen entwickeln, ähm, ansonsten haben wir noch den Luto im Banja, Banja, ähm, Heiligabend geboren, und der ist Torwart, ich glaube den, genau, der ist der einzige U19-Spieler, den hatten wir ja eben, der sieht halt echt schon gut aus, den kann man eigentlich schon in die erste Mannschaft reinwerfen, würde ich fast sagen, so im Vergleich, schauen wir mal, ansonsten hätten wir den hier drin, ja, der ist auch gut, der ist halt schon was älter, oder den hier, muss man halt mal wissen, gut, ansonsten hätten wir noch den Donald, McGillowar, der ist auch ein offensiver, zentraler Mittelfeldspieler, ist ähnlich wie der andere, den wir schon vorhin hatten gestrickt, hat auch schon gute Werte, kann man auch mitarbeiten, auf alle Fälle, ansonsten gehen wir noch mal in die Finanzen, was genauer rein, aktuell 315.000 Euro, das Gehaltsbudget ist was überzwungen, das passe ich mal eben an, dass man eher mal ein Gefühl hat, wir haben 1,22, gehen wir mal, gehen wir mal so, so ist es ein bisschen ausgewogener, da hat man hier noch, äh, 3, 24.000, äh, übrig, ein Gehaltsbudget ist nicht viel, und dann hat man es auch so um die 50.000 Transferbudget, ist also nicht so viel drin, haben die gute Sponsor, haben einen Trikot Werbungssponsor, naja, wie sind die Prognose, es geht bergab, das ist eine Herausforderung, sag ich mal, schauen wir uns mal den Verein genauer an, der Schlüsselspieler ist der John Munganga, welcher ist denn das, das ist ein zentraler offensiver Mittelfeldspieler, einer von den zentralen, ja, 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 der hat gute Werte, also mit dem kann man arbeiten, aber wie man, das ist sogar eigentlich mit Führungsqualität mal einer, kann man nehmen, mh, ansonsten, ja, der Donald ist unser größtes Talent hier, hatten wir ja eben schon mal, aktuell Medientipp ist Platz 8 in der Liga, also Mittelfeld pur, ähm, schauen wir mal in die Regeln der Liga, wir treffen zweimal jeweils aufeinander, also 30 Spiele, mh, maximal 5 ausländische Spieler sind dort erlaubt, ähm, ha, 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 das ist sehr wichtig, es müssen mindestens 3 U23 Spieler, äh, in der Startelf sein, und, äh, nicht mehr als 3 ausländische, äh, ausländische Spieler im Spieltagskader, 7 Auswechselspieler, 3 einsetzbar, ist okay, ähm, ansonsten, ja gut, der 1. steigt auf, und der 2. 3. kommen in die Playoff-Miniliga, und 2 letzten steigen ab, okay, Playoff-Miniliga, mal gucken, kann man das hier, 1. Präbiot, 2. Präbiot, ich bin verwirrt, kann ich noch nichts mit anfangen direkt, ich kenne mich in Südafrika nicht aus, also nicht in der Hinsicht, ähm, gut, was hätten wir denn noch so, Terminplan mal reingeguckt, gut, die haben Freundschaft hier, Saison beginnt, äh, Mitte August, und geht bis, äh, zum Mai, also, ich sag mal, europäisch, normale Verhältnisse, die wir auch kennen aus Deutschland, ähm, ja, hab ich noch irgendwas vergessen, ach, die Erwartungen vom Verein vielleicht, was erwarten die denn von uns, ähm, die erwarten in der Liga, obere Tabellenhälfte, und ansonsten im, South African Cup, FA Cup, äh, die erste Runde erreichen. Das denke ich mit dem Verein machbar, man muss mal gucken, wenn man sich hier den Verein anschaut, ähm, ach so, die sind alle im Urlaub, deswegen kann nichts automatisch aufgestellt werden, ähm, transfermäßig, haben wir, drei Lai-Spieler, bei uns, genau, äh, links, rechts, da muss man also auch, je nachdem nachhaken, aber die sind zumindest alle jung, das interessiert mich gerade nochmal, wie jung die denn so sind, die haben, äh, drei, vier, vier Spieler, und drei davon müssen direkt in der ersten Elf eigentlich stehen, aufgrund der Einregelung, die wir haben, zur Reserve, könnte man sonst auch noch einige, was sag ich mal, hochziehen, muss man denke ich auch, ähm, damit die in der Startelf stehen. Gut, ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein, zu den Black Leopards, äh, aus Südafrika, sicherlich interessant, wie es da laufen kann, ähm, hatte ich euch schon vorgestellt, ja, die waren schon mal in der ersten Liga, äh, lange Zeit, sind mal abgestiegen, wieder aufgestiegen, drin geblieben, wieder abgestiegen, das seht ihr mal wieder nicht, Sekunde, ich schiebe mich mal wieder, so, sieht so ein bisschen, waren lange in der ersten Liga, sind dann abgestiegen, nach einem Mal drin bleiben, nee, nach zweimal, drin bleiben, sind sie hier wieder aufgestiegen, hoch, wieder abgestiegen, seitdem dümpeln sie so ein bisschen in der zweiten Liga rum, haben, ähm, scheinbar, wollten hier scheinbar intensiv aufsteigen, haben es nicht geschafft, leider, und hatten dann, offensichtlich, kennen natürlich die anderen Vereine nicht, wie der in Karl aus den großen Aderlass, weil das Team ist ja jetzt nicht so in der Breite richtig dolle aufgestellt, in der Verteidigung, geht so, ne, da muss man mal gucken, wie das so läuft, ähm, genau, und ich denke, ich verschiebe mich, bevor ich das vergesse, ich schiebe mich mal wieder zurück, da bin ich wieder rechts unten in der Ecke, und, ähm, ich würde sagen, falls ihr Interesse habt, mal in Südafrika anzufangen, zweite Liga, mit Chancen, sag ich mal, nach oben, geht eigentlich, ähm, und dann vielleicht mal in der ersten Liga was erreichen, ist sicherlich machbar, je nachdem, wie lang ihr da bleiben wollt, ähm, ich, weiß gar nicht, ob es schon viele gab, die, äh, viele Leute gab, die in Südafrika trainiert haben, hier, in der Community, weiß ich nicht, ähm, falls es einen gibt, gerne mal, äh, eure bisherigen Erfahrungen mitteilen, würde mich wirklich sehr interessieren, wie das so läuft in Südafrika, vielleicht auch mehr zum Liegen-System, da habe ich mich jetzt nicht genauer informiert, wie das alles dort läuft, ob es ganz simpel ist, etc., jedenfalls, ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video, habt was Neues erfahren, vielleicht hat ja jetzt jemand Lust, bei den Black Leopard, was übrigens ein sehr cooler Name ist, finde ich, haben auch schon ein sehr schönes Wappen, vielleicht hat jemand Lust, dort anzufangen, oder auch bei einem anderen Verein, man weiß es nicht, ähm, wie dem auch sein, das soll es dann jetzt gewesen sein, in dieser Folge mal zwei Vereine, und ich hoffe, ihr hattet Spaß, macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Freddy Yeti ist mal wieder bei einem trainerlosen Verein gelandet, und schauen uns mal den Kader und den Verein an, macht's gut, bis dahin, tschüss, ciao, euer Rakin Yeti.